Ja, wir haben heute wieder alles gegeben wie gegen Sandhausen und waren wieder wie eine Mannschaft auf dem Platz und haben alle Zweikämpfe angenommen zu 100 Prozent und ich denke, wir waren die Mannschaft, die den Sieg eher wollte und in der ersten Halbzeit haben wir zwei Tore gemacht und ich denke, dass es eigentlich 3-4-0 ausgehen könnte, aber da spielt man eigentlich in Ordnung. Ja, Anfang der Saison hatte ich schon ein paar Probleme, aber jetzt langsam habe ich mich der Leistung wieder ein bisschen näher gekommen, habe zwar ein paar Probleme, reicht zwar noch nicht für 90 Minuten, aber mit der Zeit treten wir immer mehr wie eine Mannschaft auf und denke, dass es in der Zukunft viel, viel besser sein wird wie Anfang der Saison. Wir haben auf jeden Fall die Zweikämpfe angenommen, wir sind eher zum Ball gekommen, haben die Gegner nicht laufen lassen, wir sind gut in die Kopfbälle reingekommen, haben auch, sind jedem Ball nachgelaufen und ja, im Endeffekt hat es dann halt dazu gebracht, dass wir halt die Tore gemacht haben und hinten ganz reingekriegt haben, das ist erstmal ganz wichtig und die drei Punkte nehmen wir auf jeden Fall jetzt mit und dann versuchen wir in Erfurt, das schwer ist jetzt dort zu gewinnen, aber wir wollen auf jeden Fall dort nicht verlieren und das werden wir uns auf jeden Fall schwer machen.